Hallo und herzlich willkommen zurück bei Hearthstone, jetzt wieder eine Nacht in Karazhan, Karazhan. Ja, machen wir diese Glasschallenge. Damit wir ein bisschen Material haben, die hier hochladen können. Boah, ich muss das Thumbnail einfach so machen mit Challenge und Prank. Ja, Alter, und rote Kreise und Pfeile. Rote Kreise, ganz wichtig. Alter, das war laut. Boah, das ist voll geklickt und so. Alter, war das laut. Okay, Priester und Schamane. Was kriegt man denn als Rewards? Priest of the Feast? Egal, das gucken wir uns dann an. Re-Match, you can defeat the boss using a special priest deck. Define denn? Die sind eigentlich immer saulustig, die Tags. Ja. Das erste... Technic Selfie fürs Romulo? Das erste mit Ding mit... Nein, ich hatte den in der Karte noch vergessen. Egal, die Magier-Challenge mit... Wo man... den Verdoppler kriegt. Profit wäre link. Können wir uns nicht wählen. Ja. Wir kommen erstmal weg. Das können wir uns mal nehmen, aber... Das ist eigentlich nicht schlecht. Schauen wir mal das weg. Wir haben auch keinen Minion, wir brauchen Minions. Ja, wir brauchen dringend Minions. Ach, da ist er ja. Den kriegt man dann. Das kann ich dann. Whenever you cast a spell, restore three health to your hero. Naja. Das ist... Oh nix, Bischof. Summoner-friendly Minion, der dreht in this game. Das ist ganz cool. Das ist jetzt diese eine Zauberkarte drin. Und dann... Ja genau, das ist eine Zauberkarte. Ja. Ja. Bekrieg mal, eh? Grüezi. Grüezi. Set die Farbe! Wundervoll. Spoon... Find ich gemein. Spoonkiller. Geh mal. I want to touch your rusty spoons. It makes me feel orgasmic. Ich weiß nicht, ob das ist Salad Fingers. Salad Fingers ist ganz toll. Ziemlich creepy. Einfach nur fucking creepy. Also da ist Don't Fuck Me I'm Scared eigentlich. Don't Fuck Me I'm Scared. Don't Fuck Me I'm Scared nicht kriegen. Irgendwie versteht man sich. Don't fuck me I'm scared. Oho. Schora, dude. Wie heißt der dann? Dreieinander. Ja. Kann auf 4. Aber... 4 damage. Das ist dem... Das ist dem... Das ist dem... Das kommt bestimmt Charge. Ja. Ja, ist ja klar. Fuck word. Das ist so cool. Das geht aber nicht. Da geht immer mein Gesicht los. Das ist ein... Face... Face... Oh, der mit Holy Smite. Oh, der Smite ist eigentlich billiger. Heil mal unser Fett. Und... Fogne einen weg. Oder? Ja, ich fogge. Ich fogge ein Table weg. Ja, 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 ja. Wo ist der Fog? Ich will einen Fog auf dem Table. Du besser nicht Fog auf dem Table. Du sonn einer B****. Du sonn einer B****. Fogwar. Verdammt. Und der Smite fällt auf. Ja, ja, ja. Aber wir haben noch ein Ding. Shadow Guard. Ja. 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 Fairy Stage, ja. Das zeigt alles. It's the only minion in the battlefield. Das ist ganz schön schlecht. Ja. Das ist ziemlich schlecht. Ich mag nicht auch nicht viel. Ja, nicht viel. Aber jetzt sollten alle Dinger weg sein. Ja. 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 Und wenn das da tot ist, dann kommt's wieder. Ja, aber das ist einfach die Werte für Sex. Doch. Wieso? Weil das weiter her? Nee, das bringt natürlich nichts. Silenceden wir das Scheißteil. Ja, eigentlich. Das bringt uns nichts. Das hier. Nee, bringt uns auch nichts. Aber bringt uns gerade nichts. Das bringt uns überhaupt nichts. Silenced uns rein. Silenced. Und ein Check. Hey, mein Name ist Gott und Tag. Schalsbild. Ich mach die Band immer noch nicht. Nee, die kann ich nicht. Damit hab ich jetzt alle meine Fans verloren. Ja. Schon alle Powerball-Fans. Ja. Wir können sagen, wir haben sie live gesehen. Wir haben uns ganz vollkommen angehört. Wir haben uns immer doch zurückgekommen. Es sind keine Leute, die es nicht gehört haben. Wir haben's gehört. Die hab ich doch eingelassen. Und hab gedacht, hm, okay. Nee, es liegt mal ehrlich. Die sind ja auch viel zu ernst irgendwie. Ja, die leben nicht so ernst. Im Gegensatz zu Ghost. Die ist irgendwie noch witzig machen. Die... Let's celebrate the female orgasm. All together. Wundervoll. Ich hab mein Minion angegriffen. Ich glaub nicht. Defend of Argus. Richtig geil an der Stelle. Ich bin auch kein Zauber. Ist doch scheiße. Ist irgendwas gestorben eigentlich bei mir schon? Ja, ne? Was? Ich hab schon wieder vergessen. Nein, es ist nichts gestorben. Hast du irgendwas gestorben? Doch, es ist schon was gestorben. Sicher? Ja. Ich würde aber den Defend of Argus schieren. Dazwischen nur. Mhm. Mhm. Dann land ich nochmal rein. Dann müssen sie alles da durch, ne? Ja. Ja. Ich freue mich schon. Ja. Kann ja selber weiter machen. Aber wieder ist einfach da. Dann Jahr fundiert sie doch noch die Fog. Der darfst ja vielleicht nur ein Fog. Und der darfst ja immer noch eine Fog. Uh ja. Denn nur noch eine Fog. Du willst noch noch eine Fog on the table? Ja. Knotch! Ja. Knife! Ach! Ich bin sicher. Verdammt. Freifal an, du sagst. Äh, diese Buff-Karten. Das sind beide weg. Es gibt damage, du. All minions shuffle this card into your opponent's deck. Das wäre jetzt nicht schlecht. Das wird aber das töten. No. Kann ich sonst noch was machen? Nein. Naja. Wir gehen nicht zu lange an. Wir müssen die hier mal spielen. Und dann irgendwie Zauber-Karten bringen. Aber ich aktiviere mal eine Chef-Karte. Ja, guck, was ist das gekommen? Das war so klar. Wenn jetzt keine Buff-Karten? Ja. Will der, was macht er? Sechs mal. Wir müssen uns heilen. Blöder Müll, blöder Müll. Das ist Zauber-Karte. Ja, relativ sicher. Nein. Nehmen wir uns halt eben. Okay, wir können uns heilen. Eben. 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 Gut, eine Runde überstehen wir noch. Da kann er nichts spielen, glaube ich gerade, ne? Doch. Nein. Der hat eine Buff-Karte aber noch. Ich spiele vielleicht danach. Nein, der kann nicht. Ach, du meinst die... Eine Buff-Karte. Die alle Plates buffen. Ich hab's ja gewusst. Was hält das? Nochmal. Jetzt wird's... Jetzt wird's scheiße. Jetzt brauche ich mal Escaved Evil. Ja, jetzt hat er einfach lacht. Ohhhhhhhhhhhhhh. Naja, warte mal. Verdammt! Ich hab's ja gewusst. Ich hab's ja gewusst. Ich hab's ja gewusst. Und der greift sich immer selber. Ja, ich meine gleich lieber Facing. Ja, das macht gar nichts. Wir haben verloren, oder? Schade. Haben wir gleich nochmal einen Versuch. Oh ne, da wird's... Ja. Das ist ein Face Hunter. Normalerweise sind diese Challenges gar nicht so schwer. Ja. Man muss dazu sagen, das ist auch wirklich der einzige schwere Gegner gewesen. Ja, das stimmt. Ja, echt nett. Du darfst mal spielen. Ich geb Makisuke die Maus. Oh. Dann kann ich mich ein bisschen... ...nenn ich dich zurücknehmen. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Du darfst mal spielen. Ich geb Makisuke die Maus. Dann kann ich mich ein bisschen... ...nenn ich dich zurücknehmen. ...und so weit... Ja, das ist also Torn kann man verwenden, aber sonst... Ja. Das bringt ja sehr gar nichts. Warum spiele ich? Was ja... Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich noch mal spielen? Wir sind zusammen. Wir sind los. Wir sind los. Wir sind los. Wir sind los! Ich bin los! Das stimmt. Aber es ist egal. Nein, ist es nicht. Fick dich. Fick dich? Nice time. Auf was Gutes. Heil dich einfach. Wundervoll. Danach spielst du wieder. Dann gewinnen wir vielleicht sogar immer. Guck mal, diesmal hat er es sogar gespielt bevor er angreift. Dieser kranke Bastard. Er nimmt dazu. Warum spiele ich noch mal? Jetzt mach Smeid auf den Scheiß. Nein, ich bin nicht. Mecha nicht rum. Ja, wir verlieren schon wieder. Noch nicht. Ist alles offen. Mach doch mal ab. Stimmt mit Smeid oder so. Ja. Was ist das denn? Sein als ein Freund. Oh, das ist sogar gut für den anderen. Ja. Ich kann nur den spielen. Soll ich den spielen? Mach was du willst. Mach was du denkst. Oder geh bald gleich auf und mach nochmal. Wie du willst. Bleib hier überlassen. Kann ich mir jetzt sehen. Ich glaube aber nicht, dass es so wird. Okay, damit könnten wir den noch buffen. Aber... Ich wüsste nicht, wie wir das wegbekommen sollen. Ja, wir haben bestimmt eine Zauberkarte, die wir noch nie gezogen haben. Ja. Sowas wie Holy... Aber der hat gerade eben halt das perfekte Feld. Ist das Holy Smite oder wie heißt das? Äh, Consecration Paladin. Das ist äh, 2,2. Ja. 2 Damage, meine ich. Und 2... Holy Nova. Holy Nova, genau. Das... Was haben wir das haben? Können wir den da? Den da? Und dann... Buff, ja. Jetzt greift wieder alle doch irgendwas an. Natürlich. Man soll ja auch die Karte eigentlich verwenden dafür. Ja, wir haben aber noch eine gezogen. Wegen dem, ähm... Zauber. Powerbird. Ja, genau. Bring dir... Wacht und... Ja, ich spiel keinen Priester, Mann. Du bist scheiße. Du meinst du bist gut? Pff... Idiot. Äh... Also mit, äh, Fork oder Knife. Irgendwas davon. Muss sterben. Aber beide am besten. Ja, der Fork kann ich halt nicht mehr. Der Fork kann ich nicht mehr. Ping, ping, ich würde nicht ping, oder... Ah, 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 ah. Das hast du danach gemacht, alles gut. Das ist scheiße. Das ist richtig scheiße. Vier Kartengegner. Ja, jetzt das Holy Ding da, das Escavation, wenn ich stehe. Ja, jetzt kannst du die Knife wegmachen. Die Knife? Und behindest du dabei, und dann machst du noch das andere. Ja, das Ding hier, mit Shadow, oder? Was, oder? Was, nein? Ja, doch. Doch, das... Das macht nur Charge. Das kann ich töten, das... Das kannst du mit dem... Dann töten, ja, dann machen wir lieber das weg. Und... Das andere führst du mit dem, mit dem, ähm... Das kann ich gar nicht mal so schlecht finden. Das ist auch gut, das brauchen wir noch dafür. Das ist ja genau das, was ich brauche. Den gebe ich noch zwei Reben. Ja, mach einfach auch. Krieg mal nochmal drei da auf. Ja. Dann machst du den anderen. Ja, nee, nicht den, sondern den. Ja, den kann man dann. Spiel den. Den, ne? Und dann nächste Runde. Und jetzt greift noch den Cup an, an der linken Seite. Mit welchen? Nicht mit dem anderen. Mit dem. Genau. Perfekt. Läuft doch eigentlich. Wer, jetzt? Das Frau macht das andere fähig. Seine ist noch auf jeden Fall dann mal. Ja, den auf jeden Fall Seite. Du könntest auf den Fünfer spielen, da sind alle Plates weg. Aber wir können auch warten damit. Ja. Lieber warten wir damit wahrscheinlich. Ja, ich würde echt warten. Ist der wieder ein Knife oder so? Oder ein Fork? Krieg dir noch zwei Mana Crystals, was wir verarschen. Ja. Na gut, Fork wird. Für dich. Jetzt? Jetzt können wir den Silent... Äh, Spiel SD. Ja genau. Spiel SD nochmal. Und dann Silent 10. Dann feilen wir es nochmal zwei Mal. Ja, nochmal sechs Leben. Jetzt, jetzt, jetzt müssen wir gewinnen. Nur nochmal Fünfer? Okay, jetzt greif erstmal den Charge Ding an. Mit dem... Mit dem... Linken. Linken. Der überlebt da noch grad. Der wird eben betötet. Deswegen. Bis wir den meisten Damage aufs Gesicht haben. Mach. Ja. Dann kann man noch 20 Leben haben. Ja, stimmt. Er hat wahrscheinlich je wieder alles Facer, ne? Keine Ahnung. Er kann auch noch eine Karte spielen. Oder ein Cup, eine Fork, oder ein Knife. Ja. Aber er macht es eh danach erst. Wie blöd ist er eigentlich? Ich würde jetzt Escavation wahrscheinlich machen. Ja. Jetzt müssen wir es machen. Ja. Mach aber erst... Mach aber erst... Eigentlich ist es egal. Ja. Greif erst mit dem Ejectant an. Ja. Links. Der stirbt nämlich sonst. Ja. Das Gesicht. Dann machst du das. Die anderen überleben, ja. Ja. Und dann kann ich nochmal noch Schallclaric spielen. Dann heilst du noch jemanden. Ja. 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 Und... Ja. Und... Ja. Barns. Das ist ein neuer. Summle 1-1 Copy of a random minion in deinem Deck. Das ist eine Copy vor allem. Eine 1-1 Copy. Das kann gut sein, muss aber nicht. Wenn dann auf einmal einen Ragnaros oder so erwischt oder einen Prophet wählen. Ja. Das wäre nicht schlecht. Ich spiele immer nichts. Aber selbst selbst der Priest wäre nicht schlecht. Welcher Priest? Der da. Ach der. Ja der ist auch gut. Priest. Priest. Den haben wir aber zweimal drin. Oh, danke. Danke schon. Okay, jetzt können wir glaube ich schon gewinnen, aber spiel erstmal ja. Wundervoll. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Nein, das war... Das war... Nicht so gut. Triff ins Klo. Äh mach die... Mach die... Purify. Und silence einfach den Silencer. Einfach, dass wir noch Leben bekommen. Wir haben eh glaub ich schon gewonnen. Wir haben 6 Damage. Vor allem hat der hier zu der 4-3. Wir haben 6 Damage. Vor allem hat der hier zu der 4-3. Das ist auch gut mit Purify. Der hier zu der 4-3. Hal mal ein. Wir haben nur 11 Damage. Dann kriegt man auch irgendwie zwei oder so. Ach komm. Jetzt greif ein Gesicht an einfach. Wir haben auch nicht gewonnen leider. Wollen wir dann double the Damage an der Healing of your Spells and Hero Poses? Ja. Damit kriegst du dann. Kannst du dann viermal... Also mit den normalen Heilen machst du vier. Ja. Ein Damage. Ja. Zeig dir. Und jetzt kommt die Fork. Vor allem weil du den gesilenced hast, kriegst du ja 4-3. WTF sind mir gar nichts aufgefallen? Ja, hab ich doch gerade eben gesagt. Zweimal. Fünfmal. Irgendwie gefällt mir der Karten. Der ist Swaggy. Mhm. Swaggy Snaggy. Und den fand ich geil. Mit der Musik. Barnes. Ja. Der Summon cool. Der Summon's auch cool. Ja. Was war nochmal? Barnstormer? Das war bei Video Game High School. Reif ihn an mein Junge. Ja. Spiel ich den in der nächste Runde. Oder schreib mir den. Schau. 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 Du willst gar nicht voll heilen damit. Machst Profit wählen. Heilst dich selber. Mit was? Oder ne heisst irgendwas da hast du eigentlich schon. Ne, wohl. Scheiß auf. Schau. 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 Natürlich wir krieg ich ein Spiel. Jetzt töte ihn. Töte ihn. Töte ihn. Beste Karte. Schau. Überhaupt. Beste Karte. Bleib behindert. Aber mit der Karte die es jetzt gibt. In dem Deck. Ja die Karte die hier drin ist. Mit den 2 Silencern. Und mit dem Silenc Friendly Minion. Ja. Ist das gar nicht so schlecht. Also 4 Karten mit dem Silencern. Also haben wir den ersten schon befürsicht. Und machen wir gleich den nächsten. Ja die 2 machen wir einfach hinten dran ja. Schieb drauf. Das Ding. Ja nur weil wir den erst verloren haben wegen dir. Ja ich glaube den schaffen wir jetzt eigentlich First Ride. Das ist der Mirror. Was macht der nochmal? 1 1er Kopie. Ah ja genau. Magic Mirror. Magic Mirror. Was up. Was up. Was up. Das ist gut mit Diowolf. Das ist echt gut. Mmh. Die will random friendly beast. Mach den ersten weg. Den auch. Und den. Bei Merlock was Dragon. Achso das ist die Karte. Die ist nicht so toll. Uh. Das ist gut. Und die ist an denen nicht so toll. Was ist das denn für eine? Das ist ja so cool. Diese random friendly beast. Dragon and Merlock 2 2. Magician. 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 Aufs Face. Das signert ja gar nichts. Ne. Von Order 2 dann können wir nicht so und gar nichts machen. Pssst. Jetzt spiel den Diowolf. Ja. Alpha natürlich. Ja. So cool. Aber der Buff. Der Buff. Der Buff. Aber der müsste dann ja auch den Buffen. Hat er ja. Aber der hat 2. Aber sah nicht so aus. Weil er dann Standard 2 hat. Mach den. Den Mörlock. Den Teil. Ja klar. Aber ich mach beide. Spiel. Ich kann beide spielen. Nichtschein. Die wären ja auch der Doppel-Totem. Doppel-Totem. Doppel-Totem-Sein. Warum Waffe den nicht mehr. Ach so weil das die 1,1er-Dinge wäre. Ach so weil das die 1,1er-Dinge wäre. Ja ne ich glaube nicht. Die wären ja auch der 1,1er-Ding. Die wären ja auch der 1,1er-Ding. Ah, dankeschön! Fick dich! Ja, Fairey Dragon! Zwei Fairey Dragon? Auch nicht allzu schlecht. Aber der ist nicht schlecht. Nee, der wird nicht schlecht. Doch, mit Evil Heckler. Was war das erste? Das ist nicht schlecht. Was war das? Give a random friendly beast Dragon? Zwei, zwei. Ach so, das ist halt drei damage, oder wieviel? Vier! Ach so, wir haben ja... Die beast Dragon and Murloc. Wir haben keinen beast. Doch, klar. Wir haben einen Dragon. Tarotten. Mir wäre es so liebe gewesen, wenn der das nicht hat. Ach so, random friendly. Ach so, nicht allen, oder man? Ja, der auch. Ich finde die Karten jetzt nicht so toll. Denn so, dann... Ja... Not like you! Just like you! Naughty Candle! Was ist Naughty? Naughty Candle? Ich weiß. Ich verstehe immer Naughty Candle. Ich weiß das nicht. You know Jake Candle. Ich weiß auch nicht. Naughty Candle. Das hört sich für besser an. Scheiße, Mann. Das hat er gegen uns nicht gehabt. Was für eine Scheiße. Außer natürlich das Tote. Natürlich. Ich mach den dazu, Jake. Natürlich nicht. Noch einen. Ja, jetzt schon ein Portal. Das war die neue Karte, ne? Wie 4 damage to enemy me summat, äh. Random one Cosmic. Nein, das ist die neue. Boah, das ist auch gut. Also wir haben jetzt nicht gerade 2 Spell Damage gemacht, nur 2. Aber das würde uns auch reichen. Ist ja perfekt. Ja, aber die ist ganz perfekt hier. Jaaa. Warte auf. Jaaa. Jake Snowball. 3 Damage. Ja, gut. Ne, 2. Ja. Ja, ist das noch Intervent normalerweise, oder was? Achso, das ist das Totem hat man ja noch. Ahja, ganz vergessen. Das ist das Basic Totem. Das können wir machen und hoffen, dass wir das Ding wiederholen. Wurau. Du musst erstmal einen Zauber machen. Geil! Oh, ein Schwein! Woher kommt das denn jetzt? Ähm. Was hat jetzt der Schwein gerufen? Ich hab keine Ahnung mehr. Die Zauberkarte vielleicht. Ich hab die Zauberkarte vielleicht. Ich hab die Zauberkarte. Ja genau, Maelstone. Ja, Ping... Ja, ist das. Einfach töten. Ja, Pingeln. Pingeln nicht weg, oder? Ne. Ne, ne. Wie hier macht das Spell Damage einen, ne? Ja. Ne, wir können mal leben. Jetzt hat reich Spell Damage. Ja. Natürlich! Ich wusste, dass wir den Händen schlagen. Ja, hätte aber auch nicht viel gebraucht. Na doch. Warte, erst mal abgefallen, wenn du es drückst. Lock weiter. Ja. Ja, aber erst mal ein Totem. Ja, wir können alles klar machen. Richtig als gar nicht. Müssen wir spielen. Ja, spielen. Oder irgendwas damit töten. Clearen könnten wir den in der Mitte. Hm? Den einfach. Kill den in der Mitte. Sieht aber zurzeit besser aus für... Na ja. Er hat halt keine Karten. Wir haben noch eine auf der Hand. Aber trotzdem hat er viel auf dem Feld. Das ist gut. Minion. Na ja, ich mein... Wir können ja auch das spielen. Ja. Und dann gib ihm noch einen Buff. Mach ihn doch. Warte, ich mach den doch hin. Und dann den doch. Genau. Das hat die Karten verschwunden. Jetzt den ganz... Ne, jawohl. Doch. Den rechten. Wir haben... Das ist geil. Das soll ich vergessen. Stimmt. Den rechten bitte. Das ist mal eine 1-1er Kopie. Den rechten töten, würde ich sagen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Schade. Der ist schlau. Ach, wie ist die Weltermission? Ich bin Master of Magics. Das ist gut. Wie das Merlock aber aussieht, das sieht so gestört aus. Das ist echt das hässlichste Merlock, das es gibt. So hässlich als ich. Das stimmt. Mit dem 1er... Mit dem, dem. Mit dem? Ja, dann würde ich das machen. Mit dem. Das, genau. Und mit dem. Das Leiter. Ich mein, der bringt jetzt eh nichts mehr weg. Ja, wenigstens wenn wir jetzt mal viel kommen. Natürlich. Mit dir noch mehr Spell-Damage. Aber er hat zum Glück nichts. Ja, das ist das einzige Gute daran. Jawoll. Ja gut, dann. Mit dem, dem. Okay. Ja, schön. Die wollen da auch einmal vermuten. Ja. Ne, mach nicht das. Oder doch. Den anderen. Die beiden da rein, ne? Ja. Mehr Sinn. Ich mein, der draus sieht mir nur eins bilden. Oh, sehr gut. Ja. Kann er nicht wegmachen. Nein! Was soll ich scheiße? Das kann doch nicht wahr sein. Aber. Das war laut. Are you ready for this? Scoot in the heart. Oh. Was hat der für Karten? Das ist absolut nervig, aber nur. Ja. Äh. Wir haben kein viel Clear. Äh. Noch nicht. Es gibt einen, aber. Wir wissen nicht, ob wir den Deck haben. Schaman hat auf jeden Fall einen Fall. Den, ähm. Was macht denn die linken Sachen? Die Friesen. Das wäre nicht so gut. Friesen wäre nicht so gut. Ein Fries reicht. Macht den einen weg. Ja. Die Spell-Damage sind auch fertig. Wenn er das Ping-Ding hat. Ja. Wenn wir gar nicht angreifen können. Was soll das? Hm. Natürlich. Wenn er jetzt einen Zauber hat, könnte er damit alle einfrieren. Hm. Oh, was ist das denn? The Curator. Draw, Beast, Dragon. Das ist schön. Ja. Vor allem hat er 4-6. Ist das neu? Zwei Mal. So wie die Karten. Den. Dann ist unser Deck voll. Nee, stimmt. Dann ist unsere Platte voll. Ja, aber dann, wir kriegen den noch einen Torn. Wir kriegen den nicht mehr. Doch, klar. Sieben Karten. Drei Karten macht er, ne? Stimmt. Naja, wir können ja erst was kaputt machen. Wir können noch wieviel spielen? Zwei. Hmhm. Ne, das wird ganz nix. Dann macht doch den einfach den Windführer-Kerl. Achso, ja, du kannst natürlich auch welche opfern. Ja, klar. Also noch einen von den Friesern. Das ist wichtig. Mit dem Dreier. Ja, das können wir leid machen. Einfach so ein Spell, der Mensch wie ich. Ja. Dann spielst du den mit Taunt. Genau. Ein Taunt und noch so ein. Jetzt hat er bestimmt wieder so eine Scheiß. Ich würde sagen, Area of Effect. Aber hier ist Scheiß. Das ist einer auch richtig geil gesprochen. Und wir ziehen den und dann kriegt man gleich den. Naja. Komm auf, was gut ist. Was ist denn? Wir haben Spell Damage. Haben wir nicht. Doch. Okay, dann mach mal. 3 auf den Freezer. Oder auf den Spell Damage. Obwohl, ne, warte mal. Den können wir klären. Wir sterben wahrscheinlich dann. Den können wir klären. Ja, klär den. Genau, klär den so. Mach alles mit Minions. Am besten. Das meiste. Den. Den, oder? Ja, oder? Ich würde den klären. Ja, dann klär den mit dem Damage jetzt gehabt. Wir haben noch 10 Leben. Das war nicht so der Wahnsinn. Ist das der, oder? Ja. Ja. Macht durch. Gut, dann können wir die beiden. Dann können wir noch einen davon spielen. Machen. Einen irgendeinen Tod an. Sollte reichen. Ja. Vor allem 1 1er Copy. Ist einfach zweimal dasselbe. Die Karte ist so schlecht. Ja. Wir haben aber keinen Buffen, ne? Mhm. Oder vielleicht doch. Wer weiß. Wir haben ja einen Buff-Karte. Warte, wie viel Damage haben wir? Ja. Wir können nur eine Karte spielen, oder? Ja. Dann Opfer mal eine. Warte. Die Windfury machen 2 Damage. Ja. Ja, macht gegen die Spell Damage. Ja. Den linken würde ich mit dem Azudrake einfach platt machen. Obwohl, ne. Dann können wir nochmal 2 Damage aufs Facebook. 2 mehr. Ja, okay. Dann macht das. Aber da haben wir halt, ja. Bisschen. Ja, das würde ich noch spielen. Machen wir nochmal. Ähm. Und dann mit dem Azudrake würde ich jetzt das Feld Damage noch spielen. Da hat noch gar nichts mehr draus. Ja. Und dann 2 mal direkt. 2 mal direkt und ein Totem. Haben wir noch da mit an? Oder? Ne, das geben wir uns mal. Oh. Gleich an. Ja. Der hat Leer. Wir müssen so schnell wie möglich den wegkriegen. Ja. Ja. Und wir haben Heal vor allem. Das ist wundervoll. Okay. Ungramm machen. Das Gute ist, wir clearen halt jetzt jede Runde sein Zeug. Fick mal. Wie viele haben wir denn schon? Wir haben 4, 7, 8. Warte mal. Warte mal. 10. 10 Damage. Die Claw. Mach die Claw. Ja wir haben nochmal die Claw danach vor allem. Ich würde einfach sagen, die clearen nochmal. Mit dem hier. Dann ziehen wir nochmal was. 11 Damage haben wir. 11 Damage. Ja ok mal. Zieh mal ne Karte. Mit dem. Indem du den tötest. Ne, jetzt ist schon ein Portal. Das ist ja nicht schlecht. Dann tun wir den. Wie all damage. Ja mach das mal. Dann haben wir noch ne One Cost Card. Das ist auch nicht schlimm. Ähm. Bleib einfach dein Gesicht an. Dann nochmal mit dem ähm. Waffe unsere Waffe nochmal. Ja. Perfekt. Du musst nur eigentlich gewinnen. Rundlich. Wow. Ah ok den Blast. Ja wir haben gewonnen. Das ist gut. Jawohl. Auf Schock. Und vor allem kriegen wir jetzt so ne Scheißkarte. Willst du mich verarschen. Die ganze Zeit sucht man sowas die ganze Zeit ne. Ja stirb. Du Wichser. Ich habe zu viele Waffe. Hey du hast es. Ich will ein Rematch. Ich will ein Rematch. Nein Rematch leider nicht. Denn wir enden den Part. Jetzt mit den zwei neuen Manas. Mailstorm Portals. Coole Karte. Gut. Dann danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich werde wahrscheinlich nicht so ein bisschen das Solo Adventure weiterführen. Wenn es dann rauskommt. Verkehrt es wahrscheinlich so oder so. Naja eins können wir noch machen am Montag. Dann wenn es rauskommt. Das kommt glaube ich nicht im Montag. Ist egal. Fick dich. Kommt noch eine Woche danach. Wahrscheinlich. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin Leute. Ciao.